In der guten alter Zeit, wie du jedes Mal so warst, war aufgeschnitten worden. Ich konnte es nur kurpelzig sagen, aufgeschnitten worden, von oben bis unten. Und danach haben sie dich wieder zusammengepflickt, dass du ausgesehen hast, wie wenn der Frankenstein-Praktikant das für dich gemacht hätte, verstehst du? Das war die gute alter Zeit. Und früher in der guten alter Zeit, medizinisch, wenn ein Arzt nicht weiter gewusst hat, gab es immer ein Geheimrezept. Gips. Rheuma, Gips. Senkfuß, Spreizfuß, Plattfuß, Gips. Tennisarm, Golferarsch, Gips.